Die Sims feiern diese Woche ihren 21. Geburtstag und zu diesem Anlass haben sich die Entwickler für das diesjährige Update etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mehr dazu in diesem Video. Gestern Abend wurde auf dem offiziellen englischen Die Sims Twitter-Account ein kleiner Geburtstagstweet geteilt, der ebenfalls eine sehr interessante Info beinhaltet. Die Entwickler haben sich mit Content-Creatoren zusammengetan, um ein Geschenk an die Community zurückzugeben. Ein anderer Tweet, ob es sich hier um Custom-Content-Ersteller handelt, wird von den Entwicklern relativ eindeutig mit vielleicht kommentiert. Wir können also davon ausgehen, dass wir einige neue Inhalte im Spiel erhalten werden. Der französische Twitter-Account wird an dieser Stelle noch konkreter und erwähnt, dass sich die Entwickler mit genau 21 kreativen Köpfen aus der Community zusammengesetzt haben. Was genau es sein wird, erfahren wir allerdings erst am 25. Februar, also in gut drei Wochen. Wenn 21 Objekte-Ersteller wirklich mit den Entwicklern zusammengearbeitet haben, um neue Inhalte ins Spiel zu bringen, wäre das ein krasser Meilenstein für die Sims. Noch nie vorher haben die Community und erst recht nicht CC und Mods-Ersteller so nah mit den Entwicklern zusammengearbeitet. Wenn wir Glück haben, können wir uns wirklich über einige neue Objekte im Spiel freuen. Jetzt heißt es aber erstmal abwarten, was genau die neuen Inhalte oder das versprochene Geschenk sein werden. Seid ihr auch so gespannt, wie genau die Kooperation zwischen der Community und den Entwicklern aussieht? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.